Hallo, mein Name ist Sophia. Ich bin FAG im zweiten Lehrjahr hier im KSA. Heute zeige ich euch, was man das FAG alles macht. Kommt doch mit! Weil das KSA sehr gross ist, hat es viele verschiedene Abteilungen und Fachdisziplinen. Das macht die Lehre sehr spannend und abwechslungsreich. Das KSA unterstützt alle Lehrlinge, die gerne Berufmatur machen würden. Auch ich mache BM berufsbegleitend. Wenn man BM macht, hat man in der Woche einen halben Tag mehr Schule. Manchmal ist es anstrengend, zwei Schulen miteinander zu machen und man mag nicht immer nach dem Arbeiten zu Hause noch lernen. Grundsätzlich ist die BM mit ein wenig Motivation aber gut zu arbeiten. Als FAG im Spital betreut und pflegt man Patienten in jedem Alter mit verschiedenen Krankheiten oder nach Operationen. So gehören medizinal-technische Verrichtungen wie Blutentnahme zum Alltag. Neben der medizinischen Betreuung gehört auch das Unterstützen bei den Körperpflegten zu. Dabei ist es wichtig, dass man jeden Patienten individuell Betreuung und Selbstständigkeit fördert. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, was man als FAG alles so macht. Wenn es dir gefallen hat, bewirkt euch jetzt. Tschüss zusammen! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020